Unter dem Motto Freiheit statt Angst ging staatliche Überwachung protestiert und einen besseren Schutz der Privatsphäre gefordert. Durch die jüngsten Enthüllungen von Edward Snowden wurde ja bekannt, dass der US-Geheimdienst NSA und auch sein britisches Pendant auch verschlüsselte Internetkommunikationen mitlesen können. Und wie der Spiegel jetzt ganz aktuell meldet, hat der NSA auch Zugang zu Nutzerdaten von Smartphones führender Hersteller. Sie wollen das nicht länger hinnehmen. Diese Menschen protestieren dagegen, dass in ihren privaten Daten rumgeschnüffelt werden könnte. Was konkret kritisieren Sie? Dass die deutsche Regierung zulässt, dass wir einfach rausgestarrt werden von der NSA und auch von anderen, dass nichts getan wird, dass unsere Grundrechte unterwandert werden und nicht verachtet werden. Also Artikel 1 Grundgesetz ist meiner Meinung nach gerade schon sehr verletzt. Ich kritisiere überwiegend das, was deutsche Dienste tun. Denn wir beschweren uns über Amerika und die deutschen Dienste sind mindestens genauso schlimm. Kurz zuvor, im Schatten des Fernsehturms, versammelt sich ein breites Bündnis gegen Datenmissbrauch. Bei der Kundgebung einige etablierte Parteien, aber auch die linksextreme Antifa und die Freie Arbeiterunion. Aber noch viel mehr normale Bürger. Dieser Massenprotest beeindruckt auch den obersten Verbraucherschützer. Das zeigt, dass die Sorge um das eigene Selbstbestimmungsrecht, der Wunsch, selbst zu bestimmen, wer welche Daten kriegt, völlig unabhängig ist, davon ist, ob ich konservativ bin oder links. Und deswegen geht es hier wirklich um Grundwerte, für die wir uns einsetzen. Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das ist nichts, was von irgendeiner Partei Halt macht. Beim Demonstrationszug schwenkt dann eine Abordnung der Antifa, Fahnen mit anarchistischem Logo. Extremisten und Bürger demonstrieren friedlich mit dem Ziel, Datenmissbrauch zu verhindern. Viele sind allerdings noch über einen anderen Umstand verärgert. Ich frage mich, warum so wenig Leute hier dabei sind. Ganz einfach. Ich stelle einfach die Frage an die, die nicht hier sind. Seid ihr alle dämlich? Habt ihr keine Augen im Kopf oder habt ihr Besseres vor? Tatsächlich sind bis zu 8000 Menschen auf der Straße. Der Veranstalter spricht von 20.000 Teilnehmern. Die Überwachung bewegt viele politische Lager. Sogar die Jungliberalen sind thematisch mit im Boot bzw. im Beiboot als Schlusslicht des Demonstrationszuges. Wir haben ja eben gesehen und gehörte. Gerd Billen wird nachher auch Gast bei rbb aktuell sein. Im Aufruf zur Demo hieß es ja unter anderem, wir wollen eine freie, demokratische und offene Gesellschaft. Solche eine Gesellschaft kann ohne private Räume nicht existieren. Das sehen offenbar nicht alle so.